Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Das ist das Monatsorakel für Juli und bevor es losgeht, hier der Hinweis auf meinen Zweitkanal. Ich verlinke dir den unten in der Infobox, da ist alles drin und drauf, was mit Persönlichkeitsentwicklung und Coaching zu tun hat. Da findest du EFT-Sitzungen, du findest alles zum Thema Manifestieren, Hochsensibilität, alles was deiner persönlichen Weiterentwicklung dienen könnte. Also schau da gerne mal vorbei, würde mich freuen, wenn du mir auch da ein Abo dalässt. Und dann geht es auch schon los mit diesem Video. Wir haben wie immer vier Stapel. Wir haben Stapel 1, 2, 3 und 4. Wähl einfach intuitiv einen oder mehrere dieser Stapel aus und dann schau unten in der Infobox nach der Zeitmarke, die dich zu deinem Stapel führt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen und los geht's. Und wir starten mit dir, mein lieber Stapel Nummer 1, für alle, die diesen Stein gewählt haben. Wir schauen in deine Energien für den Monat Juli. Du hast die Neuen der Münzen. Sehr schön, auch mit der Dankbarkeit. Die Musik. Es geht nun um die Töne, die dich glücklich machen, die dir gut tun. Nimm dir bewusst Zeit und Raum für deine Seelenmusik und genieße sie. Die Zehn des Handelns. Du arbeitest zu viel. Die Engel bitten dich, ein gesundes Gleichgewicht zu finden zwischen deinem Beruf und deinem Privatleben. Sei bereit, anderen Hilfe zu bitten, um deine Last zu reduzieren, damit du dich besser um dein eigenes Wohlergehen kümmern kannst. Das ständige Bemühen, andere glücklich zu machen, kann deiner Gesundheit schaden. Und die nächste Karte ist die Weiße Hexe mit Sei das Licht. Sei du selbst. Die Situation verlangt von dir ganz authentisch, du selbst zu sein, weil das die Grundlage für deine persönliche Kraft ist. Das ist schon mal eine sehr klare Botschaft. Ginster, du bist ein Sieger. Habe Mut zum Risiko. Der Ginster vertreibt alles Dunkle und erfüllt dich mit Licht, Kraft und Zuversicht. Wow. Selbst und Identität, erstes Haus. Die Möglichkeiten. Und Verantwortung übernehmen und handeln. Wow. Okay. Also bei dir habe ich ganz stark dieses Gefühl von, sei jetzt endlich mal du selbst. Steh zu dem, wer du bist. Steh zu dem, was du glaubst. Verstell dich nicht mehr. Tu nichts mehr, um dazu zu gehören. Verbieg dich nicht mehr, sondern lass jetzt wirklich deine Seelenmusik herauskommen. Und lass die Welt teilhaben an deiner Seelenmusik, an dem, wer du wirklich bist. Hier geht es wirklich darum, deine Identität, der, der, die, der du im Kern bist, wirklich zu leben. Und dann werden sich dir ganz andere Möglichkeiten öffnen. Dann werden ganz andere Chancen und Gelegenheiten auf dich zukommen, die dann wirklich auch zu dir passen. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du im Außen immer wieder an Situationen gerätst, die sich für dich nicht stimmig anfühlen. Wo du merkst, du hast vielleicht Personen im Leben, die überhaupt nicht zu dir passen. Es fühlt sich einfach nichts echt an, in Anführungszeichen. Dann ist das bei dir größtenteils darauf zurückzuführen, dass du dich verstellst und du quasi deine Rolle, das, wer du vorgibst zu sein, das manifestiert dann in deinem Leben. Und das zieht dann alles Menschen, Situationen, Jobs an, die zu dem passen, was du vorgibst zu sein. Und natürlich, wenn du etwas vorspielst, was du nicht wirklich bist, dann fühlt sich das, was du anziehst, auch nicht echt an. Wenn du verstehst, was ich meine. Und tatsächlich geht es jetzt wirklich darum, wirklich du selbst zu sein und dich auch zu zeigen, auch ins Licht zu kommen. Das habe ich auch ganz stark bei dir. Vielleicht versteckst du dich einfach viel. Vielleicht denkst du, du darfst dich nicht zeigen, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe auch hier mit der weißen Hexe sei das Licht. Vielleicht hast du da auf der Seelenebene ein paar Blockaden, die dich daran hindern, dich so zu zeigen, wie du wirklich bist, dich in deiner vollen Seelenkraft zu zeigen. Vielleicht war da irgendwas in dem früheren Leben. Ich habe da ein bisschen ein Gefühl bei dir, was dich jetzt so ein bisschen blockiert. Also vielleicht magst du da mal hinschauen und das dann für dich auch ändern. Und vor allem auch ganz stark bei dir zum Schöpfer deines Lebens zu werden. Und nicht zu sehr zu tun im Außen, also nicht versuchen im Außen Dinge anzupassen, in der Hoffnung, dass es dann auch innerlich stimmig ist, sondern wirklich von innen nach außen zu manifestieren. Du musst zuerst Dinge in dir anpassen, damit sie sich im Außen anpassen können. Alles andere ist verdorbene Mühe, wenn du so bist, ja. Du musst in deine Kraft, in deine Energie kommen, Verantwortung für dein Leben übernehmen, ja. Dir Bewusstsein darüber, was du wirklich willst in diesem Leben, wer du sein willst in diesem Leben. Und dann dein komplettes Handeln deiner Energie anpassen und nicht umgekehrt. Nicht das Handeln anpassen in der Hoffnung, dass sich die Energie dann ändert, dass du dich besser fühlst, sondern wirklich von innen nach außen. Ganz, ganz wichtig bei dir. Auch wirklich deine Größe anzunehmen, deine Identität, deine Werte, dich mit denen zu beschäftigen. Was willst du in diesem Leben? Ich habe mich vor kurzem sehr stark mit dem Buch von John Strzelecki, The Big Five for Life, beschäftigt. Für die, die es kennen, ist unbezahlte Werbung, ja. Wo es wirklich darum geht, fünf Lebensziele auch zu benennen. Was sind fünf Ziele in deinem Leben, die du erreichen willst? Was willst du haben? Und dann wirklich danach deine Werte und deine Handeln auszurichten. Vielleicht magst du dich mal damit beschäftigen. Und dann werden sich dir auch ganz andere Möglichkeiten öffnen. Und ich habe auch hier mit dieser kleinen Schatztruhe, die die in der Hand hat, ich glaube, du hast immer ein bisschen in den falschen Schatztruhen auch gesucht und hast es nicht so wirklich gefunden. Aber es ist in dir. Es ist in dir. Lass dich aus dir heraus zu dem Leben deiner Träume führen. Sei vielleicht auch gar nicht so spezifisch, wenn du sagst, okay, ich weiß nicht, was ich will im Leben, wo ich hin möchte im Leben. Ich bin vielleicht ein bisschen verloren gerade. Dann manifestiere gar nicht im Sinne von, okay, ich will jetzt diesen Job haben, ich will diese Freunde in meinem Leben haben, sondern da geh wirklich nach innen und schau, wie willst du dich fühlen? Wie fühlt sich das an, wenn du erfüllt bist? Wie sieht dein perfekter Tag aus? Was machst du an deinem perfekten Tag? Wie fühlst du dich, wenn du einem Job nachgehst, der dich erfüllt? Wie fühlst du dich, wenn du einen Freundeskreis hast, eine Community hast, die dich auffängt, die für dich da ist, die sich wie Familie anfühlt? Geh mehr nach dem Gefühl und dann lass das Leben dir das bringen, was zu diesem Gefühl passt. Ja, das empfehle ich immer denjenigen, die sagen, okay, ich habe kein Ziel, ich weiß nicht, was ich will. Dann manifestiere ein Gefühl. Geh in die Dankbarkeit. Das habe ich auch ganz stark bei dir. In die Dankbarkeit. Und bei vielen ist es immer schwierig, wenn man im Hier und Jetzt gerade sich einfach nicht gut fühlt, wenn man versucht, auf Biegen und Brechen ein gutes Gefühl zu bekommen. Der Weg ist immer durch die negativen Emotionen, durch die Angst, durch die Enttäuschung, durch die Trauer, da durchzugehen. Und dann wird Freude automatisch wiederkommen. Das, was diesen Druck in uns verursacht, ist, wenn wir vor diesen Emotionen davonlaufen. Deswegen ganz wichtig hier diese annehmen. Und wenn du nichts in deinem Leben gerade finden kannst, für das du dankbar sein kannst, dann leihe dir dieses Gefühl woanders aus. Dann schau dir Filme an, die dich in die Dankbarkeit bringen. Dann lese dir Bücher, lese dir Erfolgsgeschichten durch von anderen. Dann leihe dir dieses Gefühl so lang, bis du deine eigene Geschichte dazu hast und dann für deine eigene Geschichte dankbar sein kannst. Ganz, ganz wichtig. Und komm in deine Seelenmusik. Dein Licht will sich zeigen. Dein Licht will zum Vorschein kommen. Und es geht darum, auch ganz stark deine Schöpferkraft anzunehmen. Sei du selbst. Komm in deine Kraft. Komm raus aus der Opferhaltung. Vielleicht hast du hier auch irgendwo, ich könnte mir vorstellen, im beruflichen Bereich, dass du in so einer Opferrolle gefangen bist. Da gibt es ja auch dieses berühmte Dramadreieck. Steig aus aus dieser Opferrolle. Geh wirklich in deine Schöpferkraft. Tritt einen Schritt zurück und geh raus aus diesem Dreieck aus Opfertäterrolle, Heldenrolle. Geh da raus und geh wirklich rein in deine Schöpferkraft und komm ins Handeln und übernimm Verantwortung für deine Ziele und für dein Leben und manifestier dir das Leben deiner Träume und das Leben, das sich dann auch echt anfühlt für dich. Das, wo du dann auch sagst, wow, das ist mein Leben. Und das sage ich immer, du musst einen Job haben in deinem Leben. Du musst einen Freundeskreis haben und das muss sich wie zu Hause anfühlen. Das muss keine Kraft kosten, sondern das muss dir Kraft geben. Und wenn es das nicht tut, ist es nicht richtig. Weil hier kommen ganz viele Möglichkeiten, wenn du dich hier innerlich anpasst. Du hast hier alles drin. Du hast das Licht, die Kraft, die Zuversicht. Alles Dunkle wird vertrieben. Habe Mut. Ganz viel Mutenergie bekommst du im Juli. Mutig sein, zu dir zu stehen, in dein Licht zu kommen und dann rauszugehen damit. Wow, sehr, sehr schöne Karten. Alles klar, meine Lieben. Ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gerne ein Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin. Alles Liebe. Tschüss. Und weiter geht es mit dir, mein lieber Stapel Nummer 2, für alle, die diesen Stein gewillt haben. Wir schauen in deine Energien für den Juli. Du hast die 2 der Kelche mit der Partnerschaft. Auf allen Ebenen, nicht nur in der Liebe. Du hast die inneren Konflikte. Wolltest du diese Situation schon lange beenden und schaffst es einfach nicht, zerreißt dich das Für und Wider. Die 10 des Denkens. Eine Situation, die dir Probleme bereitet hat, kommt zu einem Ende und du kannst aufatmen. Jetzt, wo die schwierigen Zeiten vorbei sind, kannst du endlich weitergehen. An diesem kritischen Punkt ist es wichtig, voll loszulassen. Jemand in deinem Leben ist vielleicht endlich von seinen oder ihren Süchten oder Abhängigkeitsproblemen befreit. Bleib standfest. Wow, das sind ja ganz klare Botschaften bei dir. Vegetarische Nahrung. Eine neue Art der Ernährung gibt dir mehr Energie, bessere Gesundheit, geistige Klarheit und Verwirklichungskraft. Weißt du an, lasse dein Herz für dich denken, es weiß. Weißt du an, stärk deine Herzenskraft auf sanfte Weise. Das Herz wird leicht und weit und Heilung kann geschehen auf allen Ebenen. Der Löwe mit der Extrovertierten. Der richtige Zeitpunkt. Unverletzlichkeit und Freiheit. Wow. Also bei dir geht es wirklich darum, dich von etwas oder jemandem, vielleicht auch einen Job zu befreien, der dir einfach nicht mehr gut tut. Und ich spüre bei dir ein bisschen dieses Hin und Her. Soll ich gehen, soll ich nicht? Vielleicht ist es auch wirklich eine On-Off-Beziehung. Vielleicht ist es mit einer Person, dass es immer wieder, ja, sich dich wirklich löst. Immer wieder nach vorne und zurück geht und nicht wirklich eine Lösung drin ist in dieser Situation. Ich habe bei dir wirklich dieses Bleibestand fest und mache, triff für dich eine Entscheidung und beende diese Situation, so wie es sich für dich richtig anfühlt. Und ich kriege auch bei dir rein, gehe nicht den leichten Weg. Wir gehen oft den leichten Weg, weil wir uns denken in dem Moment, dass wir es dadurch leichter haben. Aber es ist vielleicht in dem Moment leichter. Aber es kann in Zukunft, also langfristig gesehen, der schwerere Weg sein. Also schau hier wirklich nicht nur auf kurzfristig, sondern auf mittel- und langfristig. Ist das wirklich der leichtere Weg, wenn du dich für X entscheidest? Oder ist es nur jetzt im Moment eine Erleichterung, sodass der Druck wegfällt, ja? Weil das ist in der Regel dann, führt dann zu diesem Kreislauf, ja? Dass wir immer wieder im Jetzt die vermeintlich leichtere Entscheidung treffen. Und dann wird es wieder schwieriger, ja? Und dann sind wir aber permanent da drin gefangen, weil wir einfach nicht die richtige Entscheidung getroffen haben. Die für uns richtige. Und ich habe bei dir wirklich, ich zeig dich hier auch in deiner Verletzlichkeit. Und deine Verletzlichkeit wird dich in die Freiheit führen. Bleibe standhaft. In deiner Verletzlichkeit ist unwahrscheinlich viel Kraft drinnen. Also ich habe bei dir wirklich so eine Neugeburt deiner Kraft. Da kommt wieder Kraft in dein Leben. Da kommt wieder Energie in dein Leben. Und du kommst in die Freiheit dadurch. Ich habe da wirklich bei dir, das ist so ein bisschen eine emotionale Situation. Vielleicht ist sie auch schon beendet, kann auch sein. Und du heilst gerade noch, weil hier habe ich auch ganz viel Heilung drin. Ganz viel Herzensheilung auch, ja? Mit dem Weißdorn. Ist auch auf der physischen Ebene, ja? Vielleicht magst du dich ein bisschen mit deiner Ernährung auseinandersetzen. Sodass du wirklich, ja, dass deine Ernährung, deine Leichtigkeit, deine Energie, deine Wandlung unterstützt. Dass dich deine Ernährung nicht zurückhält. Jede Veränderung, die wir vornehmen in unserem Leben, nehmen wir auf jeder Ebene vor. Das heißt, wenn wir geistig oder psychisch irgendwas verändern, dann muss der Körper ja mit. Alle diese Muster, unsere Gedanken, alles ist in unserem Körper abgespeichert. In unseren Zellen drin. Und wenn wir quasi was Neues erschaffen, dann muss ja unser Körper mitkommen in das Neue. Und wir müssen den sozusagen ein Stück weit umprogrammieren. Und das fällt natürlich leichter, wenn wir auf entsprechende Nahrung achten. Ich label das bewusst nicht. Also was auch immer für dich sich richtig anfühlt. Ich bin der Meinung, dass jeder insgeheim weiß, was ihm gut tut, ernährungstechnisch und was nicht. Da gibt es kein One-Size-Fits-All, sondern da hat jeder sein Individuelles. Aber es geht darum, dich zu nähren auf jeder Ebene, damit auch dein Körper, deine physische Ebene hinterherkommt und mitkommt. Ich nenne euch jetzt ein Beispiel, als wir umgezogen sind vor eineinhalb Jahren. Wie lange das gedauert hat, bis ich endlich wusste, was, wo steht in dieser Küche. Obwohl ich selber eingeräumt habe. Aber es stand alles ganz anders als in der anderen Küche. Und der Körper hat automatisch immer wieder die Schränke aufgemacht, wo er vermutet hat, dass es ist, was ähnlich war zum Alten. Und das dauert einfach, um den Körper auch umzuprogrammieren, bis er weiß, das ist jetzt da und da. Und so darfst du dir das vorstellen. Der Körper ist in diesen Mustern drin, weil der Körper natürlich auf Energieeffizienz getrimmt ist. Also Veränderung kostet Energie. Und der Körper will natürlich so effizient wie möglich sein. Und deswegen spult er das gleiche Programm immer wieder ab, weil dann kostet das weniger Energie. Aber das hält dich natürlich auch in Situationen gefangen, in denen du wahrscheinlich nicht mehr sein möchtest. Und deswegen hier ganz, ganz wichtig. Komm hier wirklich. Bei dir geht es um eine ganz, ganz große Heilung, auch auf der physischen Ebene. Da steckt ganz viel auch physisch bei dir drin. Und ich habe auch hier nochmal, hier ist nochmal der Löwe. Hier ist der Löwe. Es geht hier wirklich darum, in deine Kraft zu kommen. Auch Grenzen zu setzen. Auch wirklich für dich einzustehen. Weil da liegt der Schlüssel zu deiner Freiheit drinnen. in deiner Verletzlichkeit, deine Wunden anzunehmen, deine Wunden anzuschauen. Die Pflaster mal runterzunehmen von deinen Wunden und zu schauen, was ist denn da drunter? Blutet es noch? Ist es schon ein bisschen verheilt? Was braucht es denn? Das sehen wir ja gar nicht, wenn wir permanent Pflaster drüber kleben. Deswegen hier, geh rein in deine Wunde und suche das Wunder in deinen Wunden. Weil du wirst es finden und das wird dich in deine Freiheit führen. Also da ist ein ganz, ganz großer Lerneffekt für dich auch drinnen. Und du schaffst das, ja? Also du schaffst es hier wirklich aus dieser Situation. Das kann ein Job sein, kann eine Beziehung sein, was auch immer. Du schaffst es wirklich, hier rauszukommen in die Leichtigkeit und in die Freiheit zu kommen. Und das hinter dir zu lassen. Vielleicht magst du dich auch mit der Herzatmung beschäftigen, ja? Dass du wirklich in dein Herz einatmest, dein Herz beim Einatmen wie eine Blume öffnest und beim Ausatmen alles Schwere loslässt. Dass du hier wirklich da nochmal den Atem mitnimmst und nochmal alles loslässt, was dir nicht mehr dient. Hier geht es wirklich darum, deine Emotionen zu heilen, dein Herz zu heilen und dein Herz wieder blühen zu lassen, ohne diese Schwere, die diese Situation, diese Person, was auch immer es ist, verursacht hat, ja? Ganz, ganz wichtig, hier wirklich nach draußen auch zu gehen, in die Freiheit zu kommen. Die Heilung in dir und dann rauszugehen, in die Freiheit, in die Kraft, mit einer neuen Kraft wieder nach draußen zu gehen. Sehr, sehr schöne Karten. Alles klar, meine Lieben, ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so weit, lasst mir gerne ein Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, tschüss! Und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 3, für alle, die diesen Stein gewählt haben. Wir schauen in deine Energien für den Juli. Du hast den König der Kirche mit dem Verständnis. Du hast das Vertrauen. Ein Licht leuchtet am Ende des Tunnels. Richte deine Augen darauf und gehe ins Vertrauen. Alles wird gut. Öffne dich dem Erfolg. Schau dir all die wundervollen Dinge an, die du tun kannst, wenn du auf deine göttliche Führung hörst. Du hast so viele verschiedene Prioritäten ins Gleichgewicht gebracht und wunderbarer Erfolg damit gehabt. Du wirst bald viel Anerkennung und Lob erhalten. Es gibt keinen Grund für dich, ängstlich oder schüchtern zu sein. Gestatte anderen, dich mit der Dankbarkeit zu überschütten, die du verdienst. Wow! Hirsch, Vertrau und Gedeih ist eine meiner Lieblingskarten aus dem Deck. Informiere dich. Du brauchst mehr Informationen über diese Situation. Suche sie dir heraus, bevor du etwas entscheidest. Die Mistel. Es gibt verschiedene Wahrnehmungen der Wahrheit. Alles ist möglich. Nichts ist festgelegt. Die Allesheilende vom Himmel Gesandte sendet dir Gesundheit. Glück und Segen. Mögest du deine Wahrheit finden. Karriere und Erfolg. Wow! Erinnerungen. Und reinigen und auflösen und loslassen. Wow! Okay. Also auch bei dir habe ich ganz, ganz viel Transformation drin. Und ich muss so lachen mit diesem Jungen. Den muss ich dir jetzt zeigen. Auf diesem... Ich nenne es Fahrrad, weil ich nicht weiß, wie es heißt. Wie er da versucht, dieses viel zu große Ding zu navigieren. Und genau das ist das Gefühl, was ich bei dir hatte. Du kriegst einen Porsche vom Leben. Und du weißt doch nicht wirklich, wie du ihn fahren sollst. Und du traust dich vielleicht noch gar nicht, ja, den wirklich auf der Autobahn auszufahren mit 300, sondern du, ja, fährst irgendwie mit 30 herum mit deinem Porsche und hast irgendwie ein bisschen Angst vor der Power, die dahinter steckt. Und deswegen habe ich bei dir ganz, ganz stark so dieses Vertrauen in das Equipment, das du bekommen hast für dieses Leben. Und in das, wer du bist. Ich glaube, dass du dich ganz stark selber überraschen wirst mit dem, was du kannst und mit dem, ja, mit dem, was in dir steckt. Und vielleicht macht dir das auch oft ein bisschen Angst. Das ist ja auch so, wie Marianne Williamson sagt, es ist ja nicht unsere Dunkelheit, die uns Angst macht, sondern eigentlich ist unser Licht, unsere wahre Größe, macht uns so viel Angst. Deswegen halten wir uns ganz, ganz oft in der Dunkelheit gefangen, weil wir Angst vor diesem Licht haben, vor dieser Größe, die wir sind, ja. Hier geht es auch um Zutrauen, ja, dir etwas zutrauen, dir selber zu vertrauen, rauszukommen aus dem Verstand und die Seele übernehmen zu lassen. Ich habe hier zweimal Vertrauen drin, hier, glaube ich, ist es auch drinnen. Dreimal Vertrauen. Das dreimal Vertrauen, das ist das Verständnis, die Dankbarkeit. Nimm es doch einfach dankbar an, was du hast und lass das blühen. Schau mal, was das Maximum ist, was du aus diesem Porsche rausholen kannst. Schau doch mal, wie schnell er fährt, was du damit machen kannst, für was die Knöpfchen drinnen sind, ja. Schau mal, was du da alles mitgenommen hast in diesem Leben, was du für Potenziale dabei hast, die dir gar nicht so bewusst sind. Und geh mal wirklich da, ja, entdeck dich mal selber. Und ich habe bei dir ganz stark diesen beruflichen Bereich, in dem sich da was verändern darf bei dir, ja. Ich habe ein bisschen dieses Gefühl von, du verkaufst dich total unter Wert. Du kannst viel mehr als das, was du machst. Du kannst so viel mehr, aber du hältst dich zurück, weil du lieber mit deinem Porsche durch die Fußgängerzone fährst. Nee, da darf man gar nicht durch die 30er-Zone, ja. Und es geht hier wirklich darum, dich zu erinnern, warum du hier bist und warum du dir das alles mitgenommen hast. Und da muss ich wieder kleiner Exkurs. Ich habe ja eine Human Design Ausbildung gemacht. Ich biete auch bald wieder Readings an. Ich mache gerade eher so im kleineren Rahmen. Beim Human Design ist es so, dass wir auspacken, was deine Seele mitgebracht hat. Und wir zusammen herausfinden, warum sie das mitgenommen hat. Die wird sich schon was gedacht haben dabei, wenn du das und das Talent hast, ja. Da ist Human Design einfach ein super Tool, um da wirklich an die Seelenessenz ranzukommen, an deine Berufung, deine Mission, ja. Das ist ja auch das Inkarnationskreuz. Warum bist du da? Was ist deine Bestimmung? Und im Human Design siehst du auch ganz klar deine Potenziale und deine Talente. Was hat sich deine Seele in den Rucksack gepackt? Was hast du alles dabei? Was haben andere Leute in deinen Rucksack reingelegt? Was gehört dir gar nicht, ja. Das kann man relativ einfach dekonditionieren. Und es geht hier wirklich darum, mal zu schauen, was du alles dabei hast in diesem Leben und was du damit machen wolltest, ja. Und dann wirklich in deine Größe, in deine Kraft zu kommen, dich zu erinnern und dann wirklich auch hier reinigen, auflösen, loslassen. Alles das, was in diesem Rucksack drin liegt, was deine Eltern reingelegt haben, was deine Lehrer reingelegt haben, was andere Personen reingelegt haben, an Glaubenssätzen, an so ist das nun mal, an Mustern, all das packst du aus aus deinem Rucksack, schmeißt es in den Müllammer, weil du es nicht mehr brauchst und dann gehst du mit dem, was da drin ist, was nur deins ist. Mit dem gehst du dann weiter, mit dem gehst du dann raus. Und bei dir habe ich wirklich diese Entwicklung auch drin. Deswegen hier auch informiere dich. Geh weiter, beschäftige dich mit dir selber, ja. Lerne dich selber mal erkennen. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, du hast noch gar keine Ahnung, was du eigentlich alles kannst und was du, ja, für was du eigentlich da bist. Und du merkst, von außen wird dir vielleicht immer wieder gespiegelt, wie, ja, welche Größe du hast, weil es andere Personen sehen in dir, aber du selber siehst es noch gar nicht. Das heißt bei dir ganz stark, du siehst noch gar nicht, für was du da bist und was du hier machen sollst. Und es geht hier wirklich auch darum, dem Leben zu vertrauen, aus dem Verstand rauszukommen, deiner Seele zu vertrauen, den Verstand vielleicht vom Fahrersitz deines Autos wegzunehmen und mal die Seele fahren zu lassen. Und der Verstand kann ja daneben sitzen und dazu plappern, aber der darf halt nicht am Steuer sitzen, ja. Deswegen hier ganz, ganz wichtig, alles ist möglich für dich. Dir wird hier alles gesendet. Guck mal, Gesundheit, Glück und Segen, was willst du mehr? Mögest du deine Wahrheit finden. Es geht um deine Wahrheit, um der, der du bist. Und dann auch zu dem zu stehen. Ich habe bei dir auch ein bisschen das Gefühl, dass du sehr offen bist, ja. Dass du sehr vieles verstehen kannst, dass du sehr anpassungsfähig vielleicht auch bist. Dass du dich in vielen Situationen einfach anpassen kannst, wiederfinden kannst und so weiter. Aber dass es sich trotzdem nicht wie deins anfühlt. Dass es trotzdem noch nicht echt ist. Und das ist eine super Gabe, ja. Und es ist toll, wenn man sich anpassen kann. Und das ist in manchen Lebensbereichen ist das ein Segen. Und manchmal muss man das immer wieder mal machen, sich anzupassen, um einen Schritt weiter zu kommen. Aber wenn ich mich so weit anpasse, dass ich nicht mehr weiß, wer ich selber bin und warum ich eigentlich gekommen bin und was ich hier eigentlich wollte, dann wird es schwierig, ja. Also es geht hier darum, es ist schön, wenn man anpassungsfähig ist, aber das ist ein Tool, eine Ressource, die du nutzen kannst, in der du dich nicht verlieren sollst. Ja, genauso ist es, wenn du viele Meinungen verstehen kannst, wenn du viele Sichtweisen verstehen kannst. Und damit haben ja Hochsensible immer sehr, sehr starke Probleme auch, dass die so vieles verstehen können, weil die halt eine Ebene drüber sind. Und weil von den Ebenen drüber alles Sinn macht und alles verständlich ist. Aber trotzdem bist du hier in diesem Leben, du bist in der Dualität, du bist hier und führst ein irdisches Leben. Und in dem Leben ist es halt so, dass du dich festlegen und entscheiden musst, ja. Ich mag auch gerne Spaghetti und Pizza und Eintöpfe, aber ich weiß auch, wenn ich das genießen will, dann kann ich nur eins nach dem anderen machen. Wenn ich alles in einen Topf schmeiße, dann kommt am Ende nichts raus dabei, nur weil ich alles gerne mag. Wenn du verstehst, was ich meine. Vielleicht ein doofes Beispiel, aber ich glaube, du verstehst, was ich damit sagen will. Also es geht hier wirklich darum, dich anzunehmen und deine Rolle hier zu erfüllen, deine Mission zu erfüllen und der zu sein, der du wirklich bist. Und hier auch nach den Sternen zu greifen, ja. Greif nach den Sternen. Die sind gar nicht so weit weg, wie du denkst. Also du stehst schon relativ weit oben. Vielleicht denkst du das, deine Träume und Ziele sind alle ganz weit weg und dann streckst du deine Hände mal aus und merkst, jetzt kann ich ja die schon ertasten, ja. Also ich glaube, dass du dich da selber sehr stark auch überraschen wirst, wenn du dich da mit dir und mit dem, wer du bist und was du kannst, viel, viel mehr auseinandersetzt. Sehr, sehr schöne Karten. Alles klar, meine Lieben, ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so weit ist, mir gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. So, und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 4, für alle, die diesen Stein gewählt haben. Wir schauen in deiner Energie für den Monat Juli. Du hast der High Priestess, die Hohepriesterin mit der Intuition. Du hast den Tanz. Bewegung zu Musik gibt dir neue Energie. Tanz zu Hause oder in Gesellschaft. Zweite Emotion. Eine Beziehung wird enger, weil zwei Menschen sich verlieben oder eine bestehende Beziehung sich intensiviert. Freundschaften können sich zu einer tieferen spirituellen Verbindung entwickeln. Gegenseitiger Respekt und Verständnis sind vorhanden oder werden sich entwickeln. Beende Beziehungen nicht nur, weil sie eine Herausforderung darstellen. Es gibt noch Hoffnung. Der Geistfuchs. Vertraue deinen Talenten in sich ändernden Zeiten. Der Herbst. Im Herbst wird alles gesammelt und du kannst eine wunderbare Ernte der Fülle erlangen. Wow. Vergiss mein Licht. Bewahre schöne Erinnerungen in deinem Herzen. Sammle im Sommer Blumen für den Winter. Nimm Abschied in Liebe und Wissen. Nichts geht verloren. Alles verwandelt sich. Wow. Also bei dir steppt der Bär im Herbst und Winter. Neuntes Haus mit Lernen und Glauben. Vernetzen. Und romantische Liebe und Verbundenheit. Wow. Also ich habe bei dir tatsächlich sehr, sehr starke Liebesenergien drin. Und das kann tatsächlich zu einem Partner sein, zu einem neuen Partner. Sieht auch gut aus, falls du auf der Suche bist. Kann aber auch so ein Seelennetzwerk sein, so eine Community. Menschen, die sich einfach sehr vertraut anfühlen, wenn du diese kennenlernst. Hier geht es wirklich darum, ein Netzwerk zu finden, das dich unterstützt, das dich auffällt, in dem du wachsen kannst. Jetzt habe ich auch ganz stark ein Umfeld, in dem du wachsen kannst. Und ich muss gerade an meine Pflanze denken, die ein bisschen krank geworden ist. Und wir ewig nicht wussten, was er hat. Und tatsächlich, er hatte Licht. Er hatte alles. Er hatte, wir haben ihn umgestellt. Wir sagen immer ihn, weil wir haben ihm einen Namen gegeben. Und er hatte alles. Alle Bedingungen. Wir haben ihm Kaffee reingegeben, damit er besser wächst, damit er bessere Nährstoffe hat. Und tatsächlich, am Ende des Tages war das Problem, dass er einfach in einem zu kleinen Topf ist. Und das hat mir wieder gezeigt, dass das Umfeld so, 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 so wichtig ist. Du kannst alles richtig machen. Wenn du in einem Umfeld bist, in der kein Raum für Wachstum ist, wenn du in Verbindungen drinsteckst, wo du keinen Raum für Wachstum, für Entwicklung hast, dann wird sich das zeigen. Dann wirst du verkümmern auf allen Ebenen. Deswegen ist das so, so wichtig, dass dir dein Umfeld, das, wo du bist, dass dich die anfeuern für dein Wachstum. Und dass du dich nicht rechtfertigen musst, dass du nicht das Gefühl hast, du musst dich kleinzuhalten, um dazu zu gehören. Bei dir geht es wirklich darum, ein neues Umfeld zu finden, neue Verbindungen zu finden. Verbindungen, die dich nähren und die dir die Chance geben, der zu werden, die zu werden, die du wirklich bist. Und wie findest du diese Verbindungen über deine Intuition? Ich habe wirklich bei dir diese ganz starke Verbindung, diese ganz starke Intuition. Du weißt sehr gut, wer dir gut tut und wer dir nicht gut tut. Und du hast vielleicht bei oft diese, also ich sage immer, ich möchte dazu auf meinem Zweitkanal auch noch ein Video machen, was der Unterschied zwischen der Intuition und dem Bauchgefühl ist. Das Bauchgefühl sagt dir immer wieder konstant, das kannst du immer wieder befragen, das wird dir immer wieder die gleiche Antwort geben. Bei der Intuition ist es so, die meldet sich meistens sehr, sehr kurzfristig, gibt dir einmal dieses Gefühl und dann nie wieder. Dann schaltet sich der Verstand ein und genau darum geht es. Das sind solche Situationen, wo du im Nachhinein sagst, irgendwie hatte ich ganz am Anfang dieses Gefühl, dass das nicht gut geht, dass das nicht gut wird. Das ist die Intuition und es geht hier wirklich darum, dich mit der Rück zu verbinden. Vertraue dir selber, komm wieder zu dir selber, tanze mit dem Leben und auch das habe ich bei dir drinnen. Vielleicht auch diese Angst vor Veränderung, vielleicht der Zweifel auch, dass es gut werden wird. Also das Übel, das wir jetzt haben, ist besser. Das vertraute Übel ist besser als das Übel, das wir noch nicht kennen von morgen. Aber es geht hier wirklich darum, deinen Samen zu vertrauen, denen, die du gesät hast, die nicht immer wieder auszubuddeln und zu schauen, ob die noch drin sind. Das ist eher kontraproduktiv. Und dem Ganzen auch wirklich Zeit zu geben. Timing ist alles, das wird kommen. Wenn du die richtigen Samen gesät hast, dann musst du nicht zweifeln, weil dann weißt du, dass es kommen wird. Und viele haben Schwierigkeiten mit diesem Warteprozess dazwischen, mit diesem weiblichen, ich lasse etwas los. Ich habe alles getan, was ich tun könnte, um diese Manifestation möglich zu machen. Und jetzt lehne ich mich zurück und jetzt warte ich, bis das Leben kommt. Und ich sage immer, es gibt einen aktiven Warteprozess und es gibt einen passiven Warteprozess. Der aktive Warteprozess ist der, wenn du zu Hause bist, du weißt, es kommt ein richtig geiler Gast. Du weißt nicht, wann er kommt, aber du weißt, dass er kommt. Und du freust, du bist voller Vorfreude, du räumst dein Haus auf, du kümmerst dich um dich selber, du bist für dich selber da. Du machst Dinge, die dir Spaß machen. Du tanzt mit dem Leben, du genießt das Leben. Und du bist ready, wenn diese Person, wenn diese Situation, Gelegenheit an der Tür klingelt und sagt, hier bin ich. Dann bist du bereit. Dann bist du top gestylt und ready to party. Und dann ist dein Haus aufgeräumt. Es ist alles ready für diesen Moment. Du hast dich vorbereitet und du hast es richtig genossen, diese Vorfreude, weil du wusstest, dass es kommt. Und du hier auch nochmal vertraut deinen Talenten der Manifestation. Und passives Warten ist, wenn du im Schlafanzug im Bett rumgammelst, dir eine Pizza nach der anderen reinjagst, im Selbstmitleid verjammelst, im Selbstzweifel bist, weil du nicht weißt, ob jetzt was kommt oder nicht. Und dann klingelt es an der Tür und du öffnest und du bist nicht bereit dafür. Und dann zieht die Gelegenheit, die Idee, was auch immer weiter. Hier ganz, ganz wichtig, aktives, passives Warten bei der Manifestation. Und es geht wirklich darum, ja, deinen Saaten zu vertrauen. Hier, deine Ernte kommt, Herbst, Winter und du genießt jetzt deinen Sommer. Also es kann auch im übertragenen Sinne sein. Genieß doch deinen Sommer. Gönn dir jetzt mal eine Pause. Und in dem Wissen, dass du alles getan hast, was möglich ist. Und jetzt genieß mal das Leben und hab mal Spaß jetzt und vertraue, dass das, was du gesät hast, zu dir zurückkommen wird und dass deine Ernte kommen wird. Und du in der Zwischenzeit nicht dein Leben auf Holt geben musst, sondern du dein Leben genießen kannst. Und komm in diese Vorfreude, in dieses Kribbeln, das du als Kind hattest, wenn du noch nicht wusstest, wie lange, wie oft musst du noch schlafen bis Weihnachten und so, ja. Dieses Gefühl, diese Vorfreude auf deine Ernte, die du einfahren wirst. Vertraue auf dich, vertraue auf deine Kräfte, vertraue auf deine Manifestationskräfte, habe ich ganz stark bei dir drinnen, ja. Vertraue auf deine Fähigkeiten. Und wenn du in deinen Fähigkeiten, in deinen Ressourcen verankert bist, dann kommst du auch durch Stürme hindurch. Und darum geht es ganz, ganz stark. Es ist gerade alles im Wandel. Nichts ist stabil, nichts steht auf sicherem Boden, alles, der Staub ist aufgewirbelt, jeder Bereich im Leben, ob es der Gesundheitsbereich ist, ob es der Geldbereich ist, alles ist gerade im Wandel. Aber eins kann ich dir sagen, was mit Sicherheit immer gleich sein wird. Wenn du in deiner Energie positive Dinge in dein Leben ziehst, wenn du in deiner Energie stabil bist, dann bist du das auch morgen und übermorgen und überübermorgen. Und dann wirst du auch in den sich ändernden Zeiten immer wieder nur das Beste anziehen, wenn du das jetzt schon tust. Deswegen das Sicherste ist jetzt, anstatt in der Angst davon zu schwimmen, bei dir zu bleiben und deine Fähigkeiten noch mehr zu stärken und noch mehr in deine Kraft zu kommen, deine Energie noch klarer auszurichten, damit du immer nur das Höchstmögliche, das Beste für dich ernten wirst. Ganz, ganz wichtig. Wow, sehr, sehr schön. Und auch deine Seelenfamilien anziehen. Also ich habe hier wirklich, vielleicht kommen da welche im Juli auf dich zu. Romantische Liebe, Verbundenheit, Menschen, wo du weißt, die habe ich mein Leben lang schon gesucht, ohne dass ich es wusste und die fühlen sich einfach nach zu Hause an. Also diese Verbindung, wo du weißt, wir kennen uns seit einer Ewigkeit und wo man einfach nur froh ist, dass man sich wieder hat in diesem Leben. Und dann natürlich auch die Power dahinter, wenn du mit Menschen zusammen bist, die in einer ähnlichen Energie sind wie du. Da ist natürlich die Power nochmal eine ganz andere. Und dann ist es auch so, dass wenn du ein bisschen rausgehst aus deiner Energie, weil du im Zweifel oder der Angst drin bist, ja ganz normal auch, dass die dich wieder zurückführen in das Vertrauen, in den Glauben, in die Hoffnung. Sehr, sehr schöne Karten. Wow, da wartet ganz, ganz viel auf dich. Super, super schön. Ich komme im Herbst zu dir zur Ernte. Alles klar, meine Lieben. Ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, vergesst nicht das Däumchen hoch und den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.